Peace Leute, was geht ab. Peace Leute, was geht ab. Und Leute, ganz kurz für euch jetzt nur, äh, ich, du, äh, ja Leute, boah, ich hab's Haar geschnitten gestern, war ich bei Friseur, und Leute, ein ganz kleiner Ankündigung, auf YouTube wollte ich jetzt live gehen, aber da hat's was. Ich glaub, bis zum nächsten Mal, schau ich jetzt, äh, die nächsten paar Tage, schau jetzt, bis, die nächsten paar Tage, schau jetzt, wie das wird, genau, schau jetzt, wie das wird, und, Leute, das, das, das muss ich jetzt schauen, wie das wird, die nächsten paar Tage. Schau mal, eine Katze, war da gerade, war das eine Katze? Fasti, hallo. Wie geht's dir, hm? Fasti, hallo. Fasti, hallo. Äh, was war's, der Bartzi, komm. Äh, und, ja Leute, schau weiter. Und Leute, das war die Nachricht, ich geh jetzt auf Instagram live, und red ein bisschen über mein, über meinen ersten Song, der war so einsam noch aus, und red ein bisschen über mein Livestream. Und so, ja. Ja, genau, Leute, wie gesagt, äh, Peace, Leute, bis, bis dann gleich zum Instagram-Livestream, und komm zu Vitali ran, ist sehr wichtig. Peace, tschüss. Hoş. Tschüss. Okay.